So, und an. So, das Schöne an dem Funktürm ist auch, man hat hier immer so komische Leinen, an denen man runterrutschen kann. Da komme ich nicht wieder runter. Natürlich kämpst du hier wieder runter, warum nicht? Aber, naja, hier haben wir jetzt nur ein so ne Leine, dann müssen wir die wohl auch nutzen. So, jetzt sind wir wieder runter. Und? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Und? Und? Ja. Hier. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Genau. Also, Tiere abschlachten und Drogen nehmen, das ist jetzt erstmal unsere Mission. Wir haben jetzt die Position uns gesetzt, die wir hier auf der Karte sehen und haben hier zum Glück auch direkt ein Auto stehen. Ohne Autos bräuchte man ja oft ewig, um von A nach B zu kommen. Deswegen nehmen wir jetzt eins. Und Vollgas. Das Tutorial brauchen wir nicht. Gas geben, bremsen und lenken für mich auch so gut. Dafür brauche ich kein Tutorial. Das ist ein komisches Reh. Das lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Wir sollen ja Wildschweine jagen, ne? Und dann halten wir uns jetzt erstmal von allem anderen fern und machen nur die Wildschweine platt. So. Hier einfach mal parken. Okay. Die Karte zeigt uns, weil das Gebiet hier aufgedeckt ist, ja auch alle möglichen wertvollen Sachen, wie zum Beispiel Truhen hier und ja, was man hier sonst auch irgendwie so alles finden kann. Überall wo es was zum Mitnehmen gibt, das wird immer angezeigt hier auf der Karte. Zumindest alle richtigen Sachen. Ähm, das ist ganz praktisch, weil man sich sonst echt tot suchen könnte. Ich meine bei irgendwelchen Hütten oder komischen Häusern sind zwar fast immer Sachen, aber ansonsten sind die teilweise auch wirklich hier über die ganze Karte verstreut und man würde sich dumm und dämlich suchen. Hier muss noch was sein. Ähm, laut Karte. Das Dumme ist, das kann allerdings natürlich auch irgendwie unterirdisch sein. Unter mir in der Höhle oder so. Hier sehe ich jedenfalls jetzt gerade nichts. Hier soll nämlich auch was sein. Ich glaube fast, hier ist eine Höhle unter mir. Aber gut. Wir sollen jetzt erstmal Wildschweine jagen. Also zwei Wildschweine und drei Pflanzenarten sammeln. Genau. Wir haben ja die roten Blätter. Habe ich doch gerade schon gesehen. Rot. Wo war das? Hier habe ich doch schon rot gesehen. Ach, da vorne. Die blinken immer ganz nett, die Dinger. Das ist auch nicht schlecht. So. Damit haben wir einmal rot. Mehr sehe ich jetzt gerade nicht. Gehen wir aber einfach mal runter. Ah, hier. Das sind die grünen Dinger. Und hier ist glaube ich auch genau, das ist bestimmt die Höhle. Hm, hier ist noch mehr grün. Das habe ich irgendwie übersehen. Laufen wir einmal wieder hoch. Ah, da. Super. Dann haben wir davon zwei. Jetzt brauchen wir noch einmal blau. Das finden wir bestimmt auch hier irgendwo in der Nähe. Wie gesagt, zum Glück wird einem sowas auf der Karte angezeigt. Vielleicht auch hier unten. Sehen wir ja gleich. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal die Wildschweine killen. Solange keine Gegner sind, ist ja auch alles gut. Und da ist schon mal so eine blöde Wildsau. Jaja, ist klar. Jetzt mal ganz im Ernst. Ein dohes Wildschwein, wie will das das irgendwie aushalten? So. Mal holen volle Munition. Aber zum Glück läuft es weg und greift mich nicht direkt an. Je nachdem wie man sich den Viechern nähert. Rasten die nämlich auch mal ganz gerne aus. Und attackieren einen. Ja. Also gut. Du schaffst das. Hab ich dich. So, einmal Wildschweinhaut. Ist zwar immer noch voller Fell. Aber wir müssen trotzdem noch ein anderes suchen. Da ist es. Was? Dass die Viecher drei Schüsse aushalten, verstehe ich echt nicht. So, hinterher rennen. Wo bist du? Wo ist die dumme Sau hin? Hey du Schwein, komm her. Ah, bist du das? Wahrscheinlich. Renn zumindest noch weg von mir. Die sind so verdammt schnell. Ich krieg dich. Geht doch. So, dann haben wir davon auch schon mal zwei. Jetzt brauchen wir hier noch irgendwie blaues Blättergedöns. Mal gucken wo wir es finden. Aber erstmal hier ein bisschen plündern. Hier ist anscheinend nichts. Tatsächlich nichts. Wenn du mich angreifst, ne. Ich mach dich sowas von alle. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Wollte mich angreifen, die Sau hier. Was hast du jetzt davon? Ekelhaft. Ekelhaft. Wo gibt's hier denn was? Ach da. Okay. Ja. Bis auf das blaue Blatt haben wir hier erstmal alles. Da hinten gibt's blau. Nämlich im Wasser. Beute Rucksack voll. Das ist nämlich das tolle. Man hat so am Anfang so einen mega winzigen Beute Rucksack. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas wegwerfen. Und zwar... Was schmeiß ich denn weg? Irgendwas, das so gut hier nichts wert ist. 13... Davon hab ich eh zwei Dinge weg damit. Okay. Jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Da können wir so ne lustige... Seetang... Pflanze abernten. Gut. Und jetzt müssen wir nach Amanaki. Und das Ganze können wir per Schnellreise machen. Das ist super. Weil da jetzt wieder hin, das würde ja ewig dauern. Das heißt, wir hätten erstmal wieder zum Auto rennen müssen und dann wieder da hinfahren. Hm. So, Schnellreise-Tutorial brauchen wir nicht. Wir haben gerade ne Schnellreise gemacht. Also warum sollten wir uns das blöde Tutorial dazu angucken? Jetzt haben wir hier so nen komischen Gun-Shop. Und ja... Ähm... Machen wir den. Haben immer noch Geld übrig. Das reicht jetzt erstmal. So. Es sieht schon sehr geil aus, oder? Ich meine jetzt mal ehrlich. Ich weiß zwar nicht, warum die tagsüber diese Girlanden hier anlassen. Diese Lichterketten. Aber wenn sie meinen, dass das cool ist, dann... Ja, bitteschön. Wo ist der Typ denn jetzt? Hi. Ach da, in der Richtung auf jeden Fall. Wird uns auf der Karte ja auch immer schön angezeigt. Der gammelt also da hinten irgendwo rum. Am Auto. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwo hinfahren. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut. Forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeig es dir. Ja. Ja. Ich zeig es dir. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017